Schummelholz, das kommt auch weg. Fackeln haben wir noch, Kohle brauchen wir auch nicht. Pflastersteine brauchen wir nicht. Äh, so. Für was hab ich tatsächlich was weggepackt? Nur für Erde. Für einen Klumpen Erde. Also, was ist das da? Eins bleibt frei. Also, sozusagen zwei dann überall? Egal. Also. Ach so, Fackeln. Damit hier keine Fischer spawnen, irgendwas. Oh, das müssen wir auch entfernen. So. Recht kleiner Keller, ne? Naja, so klein ist unser Haus. Da könnt ihr mal sehen. Das schon durch Vergrößerung, ne? Aber es wird, es wird nachher eine richtige Wohnung mit allen Zimmern, mit einer Küche, mit Bad. Wohnzimmer, Schlafzimmer, ein Gästezimmer vielleicht noch. Ja. Mal gucken, vielleicht ein extra Dings für die Haustiere. Vielleicht getrennte, in dem einen dann Katzen, in dem anderen, äh, äh, ja, Hunde. Dann gucken wir mal. So, jetzt müssen wir das da wieder wegmachen. Wir müssen sowieso die ganzen Fackeln wieder wegmachen. Und das hier auch. Oh, wir haben Feuerstein bekommen. Sehr schön. Dann müssen wir auch wegmachen. Dann war da die ganze Wand weg. Also eigentlich so sein müsste. Genau so muss es ja sein. Wie viel Kies ist denn hier? Na gut. Kies können wir dann auch mal brauchen. So, okay. Erde. Wir haben nur so wenig Erde. Äh, Erde. Ja, natürlich. Wir haben so wenig Erde. Wir haben nur 64. So, ja, dann machen wir das so. Und das machen wir dann alles mit. Okay. Das ist Kies. Wo ist Pflasterstein? Kies können wir auch da oben hinmachen. Das ist die Acht Ehren. Brauchen wir auch nicht. Dann machen wir auch mal da hin. Cobblestone. Komm mal her. So, das kommt dann hier oben hin. Der kommt auch noch weg. Oder wir machen hier erstmal dann alles weg. Und dann lege ich da Cobblestone hin. So, dann. Dann. Dann, 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 dann. Oh, was? Ja, die ist oben. Ey, das erschreckt mich nicht so. Ja, wo ist die denn? Ist die hier irgendwo? Nö. Die war da irgendwo. Ist die auf dem Dach? Ich habe so ein Verdacht. Ich glaube, sie kommt bestimmt auf dem Dach. Höh! Da ist sie ja. Hallo. Ich gehe runter vom Dach. Ein schönes Dach. Ja, Zombie. Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wenn der jetzt die Tür kaputt macht. Er bleibt da. Aus aus dem Haus. Kommt ihr alle her. Wacht das Haus. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich gehe jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nicht mehr. Ich gehe auch noch. Okay. Okay, das haben wir. Dann machen wir da wieder die Leiter dran. Das hier müssen wir jetzt abmachen. So. Jetzt müssen wir auch die ganzen Fackeln wegmachen. Und dann schnell wieder welche hinsetzen. So. Mama, das ist ja alles mal weg. Denn da möchte ich jetzt... äh, die Ziegel hinmachen. Was ist denn das für eine... Ist das ein Eisendinges? Wenn ich Kohle natürlich sehr möchte, ich will natürlich haben. Dann machen wir das hier wieder zu. Ja, das kann ich schon wieder sein. Ja, das kann ich schon wieder sein. Und ich glaube, das reicht schon gar nicht. Oh, jetzt habe ich da doch einen hingesetzt. Und das jetzt noch reicht. Pass auf, da fehlt bestimmt dann wieder ein Block. Warte, den mache ich dann da hinten wieder weg. So. Den mache ich weg. Da kommt der wieder. Und da ist auch noch einer gewesen. Habe ich den? Ja. So. Okay. Dann jetzt hier unten. Ja, ich esse ja gleich was. Ja. 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 Ich weiß nicht. Nein. Okay. Ja. ja, das reicht noch, ja, das reicht, haben wir noch sechs übrig, so, okay, gut, dass ich hier oben nicht wirklich hingesetzt habe, aber was machen wir denn im Boden, ich muss mal noch kurz gleich gucken, wie viel man dafür kriegt, was ist das denn, Papa, nee, nur eins, nur ein Glock, so viel haben wir aber auch nicht gerade, was denn noch Schnee, nein, Schnee bestimmt nicht, ne, da zieh du, wo kriege ich denn die her,